Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem Live-Hall. Ich darf alle unsere Make-Up-Lovers aus Österreich begrüßen und alle Make-Up-Lovers aus Deutschland. Mein Name ist Kathrin und ich bin Education Manager in Österreich und bin für die Make-Up-Artistry dort verantwortlich und freue mich riesig, riesig, riesig. Ich habe meine ganz liebe Kollegin, die Vera ist im Chat und die wird euch dann auch alle Fragen beantworten und ihr könnt total gerne schreiben. Dieses Live ist wirklich für euch. Ich habe ganz, ganz tolle Produkte rausgebracht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020